Leute, willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Im letzten Video habe ich einmal wieder dieses Holzhaus weitergebaut. Und in diesem Video möchte ich wieder ein neues bauen. Ich gehe jetzt hier einmal direkt durch die Häuser. Hier habe ich ja das ja in dieser riesige Anbau von dem Haus, was da hinten anfängt. Wir könnten da eigentlich jetzt hier direkt mal einen Durchgang machen, eine Tür. Na egal, das habe ich gerade das falsche Werkzeug dafür. Wir gehen jetzt einfach mal zu dem Holzhaus und schauen, was wir da jetzt machen können. Ich würde sagen, ich möchte direkt mal ein neues bauen. Ich muss mir jetzt gerade überlegen, wo. Ich glaube hier, oder? Hier ist so ein guter Platz. Wenn ich das hier ein bisschen weg mache, kann ich es auch hier hinstellen. Oder? So, bauen wir das ein bisschen ab, die Erde. Okay. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt. Und ob ihr Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber werde ich mich mal sehr freuen. Und ja. Ich würde sagen, ich fange jetzt hier direkt einmal an. Erstmal kommen die ganzen Blumen hier weg. So. Ich möchte das noch weiter abbauen. Ich würde sagen, noch eine Reihe. Und dann fange ich an, dort direkt den Grundbaustein zu legen. Ich möchte vielleicht ein bisschen komplizierteres Haus aus Holz diesmal bauen. Ich würde sagen, ich beginne jetzt mal hier. Und baue dann einfach mal hier so entlang. Und dann hier zurück. Ein bisschen größer bauen das Haus. Und dann, woanders geht das. Okay. So, ja, das sieht doch gut aus. Das ist auch ein schöner Grundriss, oder? Ja, ich denke schon, hier könnte man so eine Küche machen. Ja, oder? Dann werde ich direkt hier einmal in die Höhe bauen. Ich muss kurz schauen, ich habe, glaube ich, fünf Blöcke nach oben gebaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau. Dann werden wir das einmal hier auch machen, also jeweils hier noch vier nach oben. Eins, zwei, drei, ups, drei, vier. Okay. Und dann einmal hier weiter. Okay, dann haben wir schon fast die eine Seite hier fertig. So, zack, zack, zack. Ups. Ich glaube, das reicht am Material. Ich glaube schon, oder? Ja, ich denke schon. Wenn nicht, habe ich ja, ich habe, glaube ich, gar nichts mit den Kisten an Material. Dann müsste ich meine Bäume, ich habe die Bäume hier alle gepflanzt, die ganzen Bäume hier, dann müsste ich die alle einmal abholzen, leider. Irgendwie wachsen die auch sehr langsam, nach, ist mir aufgefallen. Und manchmal wachsen ein paar Setzlinge gar nicht. Wisst ihr, woran das liegt? Das würde ich gerne mal wissen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, aber erstmal werde ich jetzt hier einmal weiterbauen. So, dann hier. Ups. Okay, jetzt habe ich schon, glaube ich, zweimal 64 Blöcke verbraucht. Das irgendwie das Abbauen dauert immer länger und ist mehr Arbeit als das Bauen von den Häusern, also vom Material abbauen. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht Holz abbaue. Bei Holz kann ich einfach anpflanzt und dann irgendwann abbauen, sondern wenn ich jetzt Stein suche, das ist immer mehr Arbeit als alles andere. Und das ist jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, spaßig. Äh, joa. Ups. Okay, wie weit haben wir hier noch? Sind wir auch fast fertig jetzt hier? Können wir auch gleich direkt schon, ähm, die Decke einbauen. So. Warte, da ist kurz ein Block, den hole ich mal kurz weg. Hat das ja super gereicht, das Material, was ich so geholt habe. Ich glaube, hier habe ich ja, hier habe ich noch, ähm, paar Blumen, äh, paar, äh, bisschen Beleuchtung, werde ich gleich anbringen. Ups. Und fertig, super. Okay, jetzt haben wir alle Wände fertig von dem Haus. Äh, die Tür baue ich, glaube ich, hier vorne ein. Oder habe ich das schon gemacht? Ne, habe ich noch nicht. Ich würde sagen, hier so. Da geht man hier rein. Ja, und dann baue ich einmal schon direkt die Decke zu. Ich möchte vielleicht auch mal ein Holz aus, ähm, Beton machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Also, klar, aus Sand. Aber was brauche ich da noch für, ähm, um Beton herzustellen? Das weiß ich gerade nicht, aber, ähm, Wird bestimmt nicht so schwierig sein, das rauszufinden. Aber erstmal baue ich jetzt hier die Decke. So. Ich würde sagen, ich werde dieses Haus jetzt einmal fertig machen in dem Video. Also, soweit fertig, wie ich denke, dass es fertig bin. Kann natürlich immer sein, dass es mir noch was einfällt, wie ich das Haus verschönern kann. Aber, erstmal werde ich das jetzt so weiterbauen, das Holzhaus. So. 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 Es reicht ja wirklich auch so fast, gell, fast genau. Ich habe 64 Stück zu viel, zu viel dabei, aber sonst reicht es generell eigentlich sehr gut mit dem, ähm, mit der Menge, was ich so mitgenommen habe. So, dann werde ich einmal hier ein bisschen Licht innen reinbringen. Ein bisschen Licht. Ich würde sagen, so. Weil es halt hier dunkel drin. Okay. Das einmal abbauen. Und ja, Leute. Ich glaube, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, euch. Ich hoffe, euch. Und ich hoffe, euch. Und ich hoffe, euch. Untertitelung des ZDF, 2020